ähm ähm sorglos klicken kostet leben 80 20 prozent ist wir retten ja haben ja genug leben das ist wieder sowas ich glaube dass sie sehr weit schon von alleine kommen und dann brauchen wir hier eigentlich nur einen für das und dann das und das und das und das und das ja ja sollte einer alleine eigentlich liegen das macht nichts und eigentlich da oben schon rüber warum nein ja dieses diese gitternetzlevel sind immer ein wenig ein wenig tricky post nächstes viel nach dem sport geht da drunter wie wasser verdammt was ja das glaube ich sogar das normale getränk noch nicht dankbar tut sich auch wirklich ein wenig schwer ja ok der war gut einigermaßen ok du dumme dreck sau du elendige aber das schaffen wir schon jetzt ja perfekt klick 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 Könnt ihr direkt weiterbauen, oder... oder halt so. Das ist eleganter. Äh, eleganter auch. Yo, release the Kraken! Können übrigens alle kommen, die noch irgendwie wollen, gell? Los, los, los. So. Ja, das war vielleicht ein wenig unelegant, aber... solange da ein Pixel Platz ist, kommen die durch. So, wir liegen bereit, können weiter trinken. Jo, Prost! Ehm. Boi! Wassen Sie auch hinzu! W Predigtal die Lömer! Ein Machin! W citizens das? Können wir hinlegen, oder? Schönen, die learenaes.... BÄÄM! LÄÄMINGOLOGIE LÄÄMINGOLOGIE Oh, wir haben nur 5 und müssen 4 davon ins Ziel bringen, ok Okay Hm Hm Okay Dann können wir einen als Stopper missbrauchen Einen einzigen Und zwar genau Warte Boah, das hätte die nicht schlechter machen können Ja, perfekt Reicht genau? Ah, nein, das tut es nicht Gut Let's do zum Stand Oh und Oh Oh Wundern Gut Okay, das ist ein Pixel mehr als da, könnte genau gehen, aber... Doch, das geht, ja. So, dann erstmal... Ui, so. Und jetzt kann er eigentlich so hochgraben, wie er... hochbauen, wie er will. Denn ab da haben eh alle Schirme. Ja, das reicht, ich lass ihn trotzdem nicht lassen Augen. Ja. Ja. So. So. Dann entsorgen wir dich und... Und die anderen? Habt ihr beide ein? Habt ihr beide ein? Ja, jetzt schon. Hwiii. Genau, geschafft. Ich kam, sah und siegte. Quasi. Und 73% von 75 müssen wir retten. Da hin, ja? Ja, das macht wieder die gute alte Pionierarbeit. So nicht. So. Hä? Nein! Oh Mann! Nicht den Baumeister! Nix Pisse. Das ist die schlimmsten Falle. Na komm, da ist recht. Scheiß auf den. Oh. Wenn ich den jetzt hochjage, dann ist die Brücke weg. Aber egal, ich habe mir dann einfach eine neue da hinten. Es gibt schon. Kannst du nämlich einfach ein Schirm in die Hand drücken? Nein. Also. Ich habe, denke ich, auch das versucht. Ich habe es so gut wie alles versucht. Ich versuche es noch einmal, dass er automatisch weiterläuft. Ich denke nicht, ich denke nicht. Ich habe vorhin wirklich einiges durchprobiert und ich bin ziemlich sicher, da war auch der Schirm dabei. Oh, das war zu viel. Egal. Ich versuche es nachher mal, aber ich glaube eher weniger. Ja, locker, Level, locker. Es sei denn... Oh. Da ist noch was. Ja gut, das kriegt man auch hin. Ja, 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 doch, 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 doch. Wenn er denn hier, ähm, warte, wenn er da runterfällt, für mich so, der wird sowas von runterfallen. Okay, gut, denn ich weiß. Jetzt hoffe ich halt doch, dass ich genug Brücken habe. Sonst muss ich sparsamer umgehen. So, zum Beispiel. Was? Wieso? Nein. Ach, Mann. Oh, ist aber ärgerlich. Ich habe nicht genug Brücken, um das alles hier zuzunocken. Ich habe nicht genug Brücken. Ich habe nicht genug Brücken, um das alles zuzunocken. Ich habe nicht genug Brücken. Ich habe nicht genug Brücken, um das zuzunocken. Oh Gott, Max. Da bist du. Hier sind viele durchgetan. Ich hasse es, wenn die so eng aufeinander hocken. Wenn ich jetzt den ersten von denen erwische, rechtzeitig, dass ihr einen Pixel hinbaut. Super gemacht! Wie viel habe ich? Ich habe 75 und ich muss 73% davon retten. War das korrekt? Ich muss 54,75 retten. Und ich habe genau... Also das heißt 75. Und ich habe genau... Ah, da kommt noch mehr! Ah, okay. Okay, dann ist gut. Ah, die Brücken werden nicht reichen. Stimmt's? Hm... Muss ich mindestens zwei mitnehmen, oh Gott. Okay, das Level ist tricky. Okay. 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 Das Ding ist komisch... Hm. Mit drei Brücken. Ich muss halt auch hoch genug kommen. Ich poker jetzt einfach mal und hoffe, dass... das das ist. Ich glaube, von der Höhe schon mal nicht schlecht. Ah, gut, ich komme locker so weit. Zu spät geklickt. Na gut. Oh Gott. Genau nicht. Nicht. Er ist ganz vergessen. Aber genau eine Brücke. Oh, die Zeit. Danke. Okay. Na gut. Wie geht's wieder... ... ... Ja... ... ... Das Problem ist halt, dass er sich umdreht, wenn er nicht ... Die Steigung ist nicht das Problem, aber wenn er mit der Brücke rankommt, dreht er sich um. Okay, das war nicht schlecht. Okay, bis jetzt macht es noch nicht, wenn er umdreht. Also eigentlich ist es doch okay, er darf sogar umdrehen. Wir sind genau ausgegangen, genau in dem Moment. Ja, weil bis jetzt kommt er wieder runter, also eigentlich okay. Verhinderten wir über Lücken, die sind jetzt ... ja, das Problem haben wir jetzt ja nicht zum Glück. Also mal gucken. Sieht auf jeden Fall schon viel, viel solider aus. Ah, dann war das der Trick. Also unter anderem. Ah, der kommt wieder. Ich hoffe, er kommt in den nächsten drei Minuten wieder. Sonst hängt es wieder an der Zeit. War sauknapp am letzten Mal. Beim letzten Mal musst du ja nicht zwei extra Runden drehen. Hm. Hm, hm, hm. Ist das normal mit Monterex? Ja, ich könnte das noch schwarz abdecken, aber ... Äh, Idiot. Ich denke, wo ist eigentlich die schwarze Akte? Moment. Die hatten wir doch mal. Ah. Na, komm mal ein bisschen. So. Der feine Herr. Ähm. Oh, die Zeit. Hm, an der Zeit hängt es weh. Warte. Nein, falsch. Okay. Nein, nicht gut. Was machen sie jetzt? Wohin bauen sie? Ähm. Okay, aber bis die da sind, hast du hier dein Brücklein fertig. Und mehr will man gar nicht. Es sind nur ein paar Pixel. Genau. So. So. oh, oh, oh. So. Hm. Okay, ja. Musik Hättest du die letzte Säule noch graben sollen? Ja, du hast recht! Du hast absolut recht! Ich mach's viel zu kompliziert! Oh mein! Super! Yay! Läuft breich! Okay! Jetzt müssen wir sie rauslassen! Kommen die da überhaupt durch? Werden wir gleich hören! Ja, die Horde rennt und wir haben nicht genug! Wir haben nicht genug! Und ich hätte da... ich hab's verpasst! Ich hätte hier hochtun sollen! Jaaaa, der rennt! Sie fällt in die Tiefe und brennt! Okay, das Level ist schwer! Nicht weil's so schwer ist wie das eine, sondern weil's so... ...fucking fummelig ist! Hm! Hm! Hm, hm, hm! Das schafft er trotzdem! Ja! Aber wenn er bei jeder Säule zurückläuft, dann schafft er mir das nicht! Am Anfang ist noch nicht so schlimm! Naja... Ich glaub ich lieber 2 und spare die Zeit! Weil ich am Schluss ja eh graben tue! Naja, das wird das Beste sein, denk ich! Hm, 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 hm! Scheiß Lemmings! Und das wird ja schon gut laufen! Bis zum Schluss! Pixel-Genau muss arbeiten, sag ich dem! Überall genommen ein Pixel frei, dass Sie wieder beim zurücklaufen rein plumpsen können! Ja, du hast vollkommen recht gehabt, das ist ganz einfach. Oh, nein, es ist nicht! Das killt die ja auch! Okay. Wenn das jetzt nicht geht, dann versuche ich's nochmal. Hm. Ja doch. So, lasst sie kommen, lasst sie kommen! Alle! Das war dann alle. Gut. Ein Strom! Ja, schön! Geil! Ja, danke, Küche! Das ist vollkommen recht. Guten Abend! Nein! Du nicht! Okay, danke! Puah! 97 Prozent! Fett! Ja.